die hier was geht man die lieben Sucker Junkies ah ja du bist wieder hier und herzlich willkommen zur ersten Folge nach den Test-Servern vom Outbreak Event jetzt sieht man eigentlich hier und ich hebe hier die ganze Zeit meinen Arm hoch aber man sieht es nicht läuft wir haben es mal wieder spät in der Nacht ich könnte eigentlich schlafen gehen und ich habe aber so viel noch zu tun ja hier bist du ich kann es echt einstellen wie ich will ne ich kann es ja nochmal versuchen wenn ich die V sink mich so ich kann es Ja, eine Wurz. Und es läuft auf konstanten 60. Wieder mal Framebug. Ich wette, jetzt kann ich es auch fast auf den Ultra-Einstellungen spielen. Und es läuft auf jeden Fall. mal kurz gucken bis 2 kann warten dass ich mit der Aufnahme fertig bin back bis 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 I'm close. ja das war nicht ganz so geplant zwei mit einem schuss das kann ich formen die hier die im vorm rumknallen die glougegner boah knapp ich habe die erinnern umso mehr von denen an in den riesen rum ballern so Was ist das? ich weiß dass wir uns steiner 1 Das war's für heute. Kann das sein, dass das verbuggt ist? Oh, wir haben's gefunden. Okay. Komm, du solltest einen Boom machen. So tötet ihr den Schlender, ihr Deppen. Ja. 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 So, meine lieben Freunde, das war's vom ersten Part vom Das Nest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut bei meinen Social-Media-Seiten vorbei. Vielleicht habt ihr ja Bock, ein Like oder ein Kommi dazulassen. Oder vielleicht auch, wenn ihr das erste Mal hier seid, ein Abo. Wird mich auf jeden Fall mehr als genug freuen. Und nebenbei tut keinem weh, hilft mir sehr. Danke nochmal, tschüss, ich bin raus.